Viele Leute kommen zu mir, seitdem ich im Fernsehen bin und schreiben mir auf Instagram, Malaga, schreiben mir Frauen und sagen, Jorgo, dein Schnurrbart ist wirklich sexy. Und dann schreibe ich zurück, Malaga, deiner auch. Ich habe eine sehr persönliche Frage an euch. Wisst ihr, wer Weihnachten erfunden hat? Ja, nee. Ja, und ein Nikolaus, weiß ich. Nikolaus ist ursprünglich ein Türke. Nein, das waren die griechischen Malaga, andere Malaga. Elere Malaga, andere Malaga. Hey, 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 hey. Ja, das ist Kalinichter. 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 Efrkäristo baravoli. Efrkäristo baravoli. Dankeschön, dankeschön. Hallo, einen wunderschönen guten Abend, Kalinichter. Herzlich willkommen zu meiner Show, Enna Diotria. Vicky, wer ist denn? Mein Name ist Jorgos. Viele Leute kommen zu mir, seitdem ich im Fernsehen bin und schreiben mir auf Instagram, Malaga, schreiben mir Frauen und sagen, Jorgo, dein Schnurrbart ist wirklich sexy. Und dann schreibe ich zurück, Malaga, deiner auch. So. Das ist für mich eine neue Welt, Malaga. Ich laufe manchmal durch Stadt, hier, Cannstatt, Malaga. Ich habe Frappé in meiner Hand. Dann sehen mich Leute, die sagen, Jorgo, du bist richtig geil. Dann sage ich, Michael, du auch, Malaga. Ich schwöre, das ist für mich aber nicht, dass ihr mich falsch versteht, weil mein Herz, das gehört nur einer Frau. Und du siehst mein Herz auch, Christodula. Sagapau, paraboli Christodula. Ich liebe dich von meinem ganzen Herz. Und es ist egal, wo ich bin, Fernsehen, auch wenn ich bekomme, Oscar, ich schwöre dir von ganzem Herzen, Egal, wo ich stehe, du bist immer zu Hause. Da, wo du hingehörst. Ich muss euch eine Sache sagen. Letztens kam ein Freund. Der hat zu mir gesagt, Malaga, der Nikolaus ist Türke. Da habe ich gesagt, was ist der? Und der ist Türke. Dann habe ich gesagt, guck mal ganz kurz auf meine Hand, Malaga. Das war um mich so, guck, 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 guck. Na, ist der Türke, Malaga. Der ist Griechere, Malaga. Der heißt Nikolaus und ich Mehmetlaus. Adere, Malaga. He, he, he. Galinista, are. He, lare. He, he. Adere, Malaga. Adere, Malaga. Ich habe gerade so paraboli. Mein Gott. Geht es euch gut? Ja, du bist auch schon zum Mut. Also mit dir zusammen zu sein ist auch nicht, also wenn du jetzt eine Frau wär. Ja. Was hast du meinen? Ja, wie meinst du das? Ja, mit dir zusammen, du bist ja Trächer ab. Aber das kann natürlich auch geil sein, dass sie sagt, ey, mach mit den Griechen. Glaubst du, dass du das so fantasierst? So, mach mal den Griechen. Hatte ich das mal... Nein, bei mir, guck mal, ich kann keinen Griechen. Bei mir sagen sie, mach den Momfrey. Nee. Nee, wirklich. Nein, bei mir, guck mal, ich kann keinen Griechen. Oh, Gott. Ich komme mal. Untertitelung des ZDF, 2020